Und da sind wir auch schon wieder zurück zu einer weiteren Folge Punch Club. Wir haben ja magische Tränke ausprobiert. Man kann nur ein, Stärke, Ausdauer oder Geschicklichkeit. Wir haben jetzt hier natürlich Geschicklichkeit. Jetzt als letztes ausgewählt. Ich dachte man pusht damit irgendwie alles so ein bisschen, aber leider nein. Und jetzt sind wir noch beim Training und ich muss mal gucken. Wir brauchen wir brauchen glaube ich noch ganz schön was an Okay, zwei Tage. Das bedeutet, wir haben heute gefightet. Und gegen Ken brauchen wir halt, wir brauchen halt noch richtig viel. Wir würden hier sehr viel bekommen. Aber eine Party dauert lange. Und wir können nicht trainieren. Das ist halt genau dieser Faktor, warum ich Partys nicht feiere, weil wir viel zu lange brauchen, also weil wir viel zu lange für eine Party brauchen. Auch wenn wir da gut Punkte kriegen, es bringt mir halt alle, also es bringt mir halt effektiv gesehen nichts halt hier. Hier trainieren wir noch. Können wir hier noch? Ja. Das Problem ist, wir verlieren dann wieder zwei Punkte, wenn das weg ist. Davon gehe ich zumindest ganz fest aus. Und ja, wir müssen jetzt hier versuchen alles zu halten, auf jeden Fall. Und sobald wir den Punkt im Geschick reinkriegen. Und das ist jetzt dieser Faktor. Wenn wir nämlich diesen Geschicklichkeitsstank nehmen und wir kriegen zwei Geschick mehr und können dann den Punkt in reinsetzen, geht nicht mehr unter 13. Dann müsste das doch eigentlich passen, oder? Hätte ich jetzt zumindest behauptet. Okay. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Machen wir jetzt ein bisschen hier. Eigentlich brauchen wir auch keine Aus... Also eigentlich brauchen wir dich hier nicht mehr, ne? Bring dich jetzt kurz hoch und dann gehen wir hier wieder mit. So. Geschick ist am wichtigsten. So, jetzt läuft das nämlich aus. Und dann können wir ja gleich mal sehen, was passiert, wenn das dann ausläuft. Wie sich mein Geschick verändert wieder. Ich glaube nämlich auch, umso höher das Geschick ist, umso mehr verlieren wir pro Tag. Sprich, hier, wir müssen jetzt schon 189 am Tag machen, damit wir da nicht ins Minus geraten. Das ist heftig, finde ich. Okay. Kraft, Sport, damit wir hier noch... Den müssen wir nicht komplett zu Ende machen, glaube ich. Aber zumindest ganz schön. So, denn wir gehen jetzt noch hier ran. Ich glaube, hier machen wir mehr Ausdauer als Geschick. Aber geschickt will ich ja wie so hier so ein bisschen hoch haben. Aber jetzt hat er auch noch Hunger, ey. Hungry! So. Da können wir auch nochmal zwei Energies sehen, wenn wir noch haben. Haben wir nicht. Na gut. Aber so. Warte mal, können wir heute kämpfen? Dann kämpfen wir gleich. Ja. Halt! Ich überlege gerade... Ne, zu Ende bringen wir... Oder bringen wir es einfach mal zu Ende? Und gucken, was der nächste Film bringt? Wenn es gut läuft. Machen wir es zu Ende. Sehr gut. War das jetzt der erste oder der zweite? Der erste, ne? Nein. Ah, wir brauchen einen guten Tag. Weil die Frage ist, wenn dieser magische Trank zu Ende ist, was passiert dann? Haben wir ein Defizit? Also machen wir defizitmäßig was? Oder... Das wird halt interessant. sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Machen wir doch einfach um. Boom. Perfekt. Bei dem verstehe ich die Stats überhaupt nicht. muss ich ehrlich so sagen. Bei ihm habe ich die Stats noch nie verstanden. ihn hat man auch schon besiegt. Problem war, wenn er uns trifft. macht das ordentlich Aua. Okay. Okay. Und jetzt hoffen wir mal, dass der letzte Fight, den hat man noch nicht. nicht so schwer. Ach du heiliger Bum-Bum. Okay. Das wird... Ja, wenn wir nicht gewinnen, kriegen wir gar nichts. Kein Geld, keine Punkte. Ne, das haben wir verloren. Wir verlieren. Du hast keinen Preis. Applaus, Applaus. Das ist heavy. Ah. Damit haben wir... Punkte verspielt. Zeit verspielt. Hätts nicht machen dürfen. Ah. Aber so ungefähr wird der Hulk-Kampf aussehen. Nur, dass der Hulk hier... in den Werten natürlich noch... So, jetzt ist das runter. Wieder auf 19. Ja. Okay. Kraft haben wir. Machen wir dich noch. Dadurch haben wir natürlich keine Punkte bekommen. Das ist halt... Und wir müssen, glaube ich, die alle besiegen, damit wir auf die Insel kommen. Das ist halt wichtig. Das ist halt wichtig. So. Klaudern. Bis ungefähr hier. Leider. Wir hätten unsere Taktik weiterverfolgen sollen. Wir hätten unsere Taktik einfach weiterverfolgen sollen. Ach, Mann. Mh. So. Warte mal. Sehen wir... Nee. Wir haben... Wir haben auch hier nicht. Nee. Okay. So. Wo können wir rangehen? Daran erst mal. Dann machen wir Geschick. Geschick ist wichtig. Sehr wichtig sogar. Hm. Okay. Die Frage ist, machen wir hier schneller Geschick als an dem? Glaube nicht, ne? Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Und es fehlt auch noch ein Vierteltag. Deswegen mache ich dich jetzt dann noch. Und hier machen wir halt gut Ausdauer. Und eben ein wenig Geschick. Wodurch wir sagen können, ja, Geschick halten wir hoffentlich heute. Stärke halten wir hoffentlich. Ja, ein bisschen niedriger. Ein bisschen... Haben wir auch verloren. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss ich ehrlich so sagen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, was machen wir dann nochmal? Hier. Gehe ran an den Sack. Okay. Ja gut, wenn man Hunger hat, hat man halt Hunger, ne? Und dann können wir ja gleich mal gucken, ob wir heute nochmal fighten können. Ja. Wir werden auch nichts anderes hochbringen. Deswegen fighten wir direkt. Mein Platt. Wie gesagt, der Letzte, der hat... Also, wenn wir da nicht mit ordentlich Ausdauer mit mindestens... Ich würde sagen, was brauchen wir mal? Mindestens 200? Hätte ich jetzt gesagt. Er hat ja eine 300er Ausdauer, glaube ich, gehabt. Gucken wir mal. Unser Ausdauer ist gleich weg. Okay. Er hat auch diesmal... Ah. Hattet ihr das schon immer? Hm. Und schon haben wir unter 200. Deswegen. Also, das ist so, wo ich denke... Dann nehmen wir lieber die Punkte mit. Und gehen in Richtung der 13er Ausdauer halten. Ich frage mich, ob man beides wegen kann. In den Wegen... Wir gehen ja die verschiedensten Wege. So, wir gucken mal, was wir jetzt hier... Wie viel Life wir da nach dem fünften Fight haben. Aber ne, 150 ist meiner Meinung nach zu wenig. Wir brauchen ein bisschen mehr. Wir brauchen ein bisschen mehr. Wir riskieren es nicht. Wir nehmen die Preise mit. Gehen da mit. Dann haben wir noch 3er. Okay. Hm. Wir müssen alles noch trainieren. Waren wir hiermit schon fertig? Wir müssen theoretisch auch irgendwann nochmal zu Arten. Ne, okay. Damit waren wir noch nicht fertig. Sehr schön. Okay. Damit bist du dann fertig. Dann machen wir mal dich. Ja, es dauert... Oh, das... Wir bräuchten auch hier einen Multiplikator. Das wäre so nice. Wenn wir da auch einen Multiplikator hätten. Aber wie gesagt, mich würde interessieren, ob das klappt. Wenn das nicht mehr unter 13 fallen kann. Wenn ich diesen Trank drinne habe. Wenn das klappt. Ist das cheaten? Eigentlich nicht, ne? Aber erstmal müssen wir ja die Punkte zusammenbekommen dafür. Sehr gut. Plus gemacht. Plus gemacht. Leichten Plus gemacht. Okay. Nein. Da. Erstmal Kraft. Das Problem ist, ich muss zu Apu Energie tanken und wieder zu Apu. Das gefällt mir halt nicht. Das machen wir jetzt aber. Haben wir Kraft wieder genommen? Haben wir wahrscheinlich sogar mehr als Plus gemacht? Weil er keinen Kaffee macht. Warum? Das verstehe ich halt nicht mehr. Warum wird kein Kaffee mehr gemacht? Wir haben nicht mal mehr Fleisch. Wir haben nur noch Pizza. Dann kaufen wir die auch. Äh, weg. So. Apu. Ich komme mit einer Großbestellung. Und ich komme gleich wieder. Und ich mag Pizza. Warum laufe ich eigentlich nur? Ich kann nur eigentlich mit dem Bus fahren. Ich glaube, da sparen wir nämlich hier die Zeit. Glaube ich. 2 Dollar. Hi Apu. Bin wieder da. Das kostet uns wirklich dann keine Zeit. Na dann. Guck mal, heb ihm. Geld haben wir mehr als genug. Sind wir damit eigentlich schon fertig gewesen? Oder können wir nochmal? Ah, okay. Dann machen wir jetzt nochmal. Und dann gehen wir hier an die Stange. So. 2 Tage noch. Ich glaube, hatten wir heute getfeiert? Glaube ja, ne? Glaube schon. Okay, sehr gut. Ich muss halt dich, will ich halt auf 19 hochbringen. Äh, auf 20 hochbringen. Schade. Ich hoffe, dass wir hier mehr Geschick machen. Können wir zweimal ausdauern? Ah, okay. Sehr schön. Da kommt mehr Geschick zusammen. Glaube ich. Würde ich jetzt behaupten. Sehr gut. Ja, gerade so ein Plus. Auch gerade so ein Plus. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Okay, wenn du damit fertig bist, gehst du bitte hier ran. Ja, ist auch schon wieder gleich zu Ende. Oh Mann. Ich überlege gerade, ob ich... Ja, komm, wir gehen jetzt erstmal hier ran. Dann gehen wir da ran. Okay. Dann gehen wir gleich nochmal schauen. Also wie gesagt, das ist jetzt leider Gottes... Und wir brauchen halt Punkte, um den nächsten zu besiegen. Und ich will keine Party geben. Das dauert mir... Das Party wäre mir zu heavy. So. Schade. Also hinter kurz vorher. So. Essen können wir gleich nach dem Fight. Also wir müssen doch heute fighten können, oder? Sag ich ja. Wir investieren 100. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Glaube ich. Okay. Okay. Okay, das war gut. 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 Na, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir riskieren wieder nichts. Wenn wir mitbekommen... Naja, wird nichts. Dann lassen wir es. Sehr gut. Das sind auch meistens Boxer, habe ich das Gefühl, ne? Aua. Naja, wir malen wieder... Das reicht... Das haut schon wieder vorne und hinten nicht hin. Also. Ich glaube, wir müssten auch die Kraft nochmal hochpumpen. Aber erstmal möchte ich Ausdauer irgendwie dann auf 13 haben. Deswegen. Weil wenn ich mich darum erstmal nicht mehr kümmern muss, wäre das... Ne. Wir lassen es. Ist mir zu riskant. Jetzt können wir nämlich noch einen Skillpunkt vergeben in die Schildi. Und zwar... nach da. Und dann haben wir nur noch... Okay. Da wir das voll haben... Alle Tattenner, wenn es gehen was kostet, mehr Energie, wenn dieser Schlag trifft. Okay. Wir brauchen 25 Punkte. Eins, zwei, drei, vier. Mit den nächsten 25 Punkten. Könnten wir das tatsächlich... Könnten wir das tatsächlich... Hm. Interessant. So. Das müsste jetzt erreicht haben. Hoffe ich doch. Weiß gar nicht, wie viel Geld wir noch machen können. Achso. Haben wir jetzt eigentlich schon genug... Erstmal verlieben wir uns. Ja. Okay. Sehr schön. So. Wir haben genug. Wollen wir den dritten Fight angehen? Oder wir trainieren noch. Wir trainieren noch, weil wir brauchen auch die volle Gesundheit. Fällt mir gerade so auf. Okay. Wir trainieren jetzt ganz... Wir versuchen dich noch auf 20 zu bringen. Ah. Das wird... Das wird wohl nichts. Würde ich jetzt mal ganz fest von ausgehen. Dass das nichts wird. Schade, dass man nicht sieht, wie viel bringt was in Virtua-Zeit. Also, dass man wirklich sagen kann, ist das hier effektiv oder nicht? Weil wir machen jetzt hier natürlich Kraft gerade. Vernachlässigen wir komplett. Ah. Das schaffen wir nicht. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Kraft machen. Tut mir leid. Okay. Dann gehen wir in den Fight über. Also, wir essen jetzt was und gehen dann fighten. Und hoffen, dass wir gewinnen. Wie viel haben wir denn hier überhaupt? 88. Also, das macht ja keine Gesundheit. Macht ja nur Essen. Äh. Ja gut. Ist egal. Dann so. Dann nehmen wir noch Energy zu uns. Sehr gut. Don King. Wir fighten. Das wird auf jeden Fall auch ein extrem harter Fight. Er hat fast 100 lives. Ach du, der hat uns ja fast die Hälfte unseres lives jetzt schon weggeballert. Selbst wenn wir ihn in der ersten Runde K.O. gehauen haben. Ähm. Harder Fight. Harder Fight. Jawohl. Wir haben ihn wieder umgehauen. Sehr gut. Und nochmal. Zweimal K.O. in einer Runde ist immer sehr gut. Aber jetzt hat er er hat halt am Anfang immer so viel Energie. Komm. Mach ihn. Jawohl. Nice. Sehr, sehr nice. Und jetzt haben wir nur noch Kulk Kugeln. Natürlich. Kulk Kugeln nur noch. Ganz. Ich würde nämlich sagen der ist auch machbar. Er hat zwar Kraft sprich wenn er uns trifft macht das richtig Auer. Wenn wir die Auerung auch auf 13 kriegen ist das ausgeglichen. Aber mein Geschick ist halt um ein Vielfaches dann höher. Ah. Überleg grad. Wir gehen nochmal zu Apu. Kaufen schon mal ein. Komm wir kaufen auch Limos für unseren Schatz ein. Wir haben ja noch Geld. leicht Minus, 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 Minus. Alles Minus gemacht. Alles. Bis dahin. Bis zum Strich will ich haben. sehr gut. Dich. Eigentlich dich bis zur 9. Komm, komm, jawohl. Sehr gut. Gut, das sollte ausreichen. Hier weiß ich halt nicht, ob es ausreicht. Ich weiß auch nicht, können wir heute nochmal normal fighten? Da habe ich jetzt gerade gar nicht nachgeguckt. Müssen wir doch mal gleich gucken. Hui. Boah, das steigt so langsam an. Ich würde ich halt gerne auf 20 haben. Und wir haben halt Minus gemacht heute, ne? Muss man einfach so sagen. Und zwar von allem. Das ging auch schneller als gedacht, muss ich dazu sagen. Wir sind nicht voll. Ja. Okay, das reicht aus. Und fight. Komm schon. Aber wir schaffen es glaube ich nicht, dass wir heute noch die 25 Skillpunkte zusammenbekommen. Müssen wir mal gucken. Okay, er lag. Sehr schön. Fight. Ja, komm schon. Sehr gut. Ist das Nummer 2 oder Nummer 3? Ich glaube Nummer 2, na? Sehr gut. Oh, er wird wieder heavy werden, glaube ich. Okay, er lag das erste Mal. Lag wieder. Aua. Und dann haut der mir gleich so ein 25er Ding, ey. Mann. Ich hab gedacht, ja, aber das wird wieder nix, ne? Okay. Was? Okay, das können wir vergessen. Das können wir vergessen. Also damit, ne. Sammeln wir ein. Leider Gottes. Aber das, das kannst du ja so knicken. Ich glaube, dich hatten wir noch nicht, ne? Mal kurz da erst mal. Weil wir müssen... Okay, wir haben wieder Plus gemacht. Ausdauer haben wir trotzdem Minus gemacht. Eieieie. Okay. Hm. Wir brauchen noch einmal Talentpunkte. Ein Sieg. Sozusagen. Dass wir dich auf 13 haben. Bis zum Strich. Okay. Dich auch. Bis zum Strich erst mal. Dann prüfen wir hier noch ein. Ich glaube nicht, dass wir heute es schaffen auf 20. Nicht mal ansatzweise. Und wir können erst morgen fighten, ne? Yep. Aber dann können wir jetzt schon mal was essen. Yep. Und uns ein paar Energies reinpfeifen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, du schläfst nicht mehr, sondern bist nur noch unter Energy. Das ist, glaube ich, nicht sehr gesund, würde ich jetzt behaupten. Leichten Plus. Also leichtes Plus haben wir da gemacht. Okay, in allem haben wir ein leichtes Plus. Also das ist am schwersten Plus zu machen. Muss man einfach jetzt mal so sagen. So, dann gehen wir jetzt erst mal hier rauf. Da kriegen wir nämlich auch noch mal geschickt dazu. Und da ein bisschen. Also ich glaube, wir machen hier richtig, richtig Ausdauer. Zumindest glaube ich das. Ich hätte mehr jetzt erwartet. Okay, wir sind auf jeden Fall bis zum Strich gekommen, ne? Das ist ja schon mal positiv. Und jetzt müssen wir hier. Bis dahin. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen dran rumfummeln können. So. Ah, nicht, nicht dolle. Nicht dolle. Und wir wollen heute noch fighten. Oh, 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 oh. Geschicklichkeit 20 erreicht. Das werden wir nicht halten können. Nie im Leben werden wir das halten können. Es wäre schön, wenn es so wäre. Machen wir es mal so. Aber was ich gerade feststelle, ist, das ist schon wieder die Zeit. Ey, die Zeit vergeht. Es ist Wahnsinn. Weil die Zeit so schnell vergeht, sage ich, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschödelö. edoer. Musik Musik . Musik Musik . Musik .